sie wollte ja schon im november letzten jahres zu uns kommen die hatten auch schon einen festen termin aber dann kam ein anruf sie hatte einen unfall und das war keine branchenübliche ausrede sie hat sich tatsächlich einen schweren beinbruch zugezogen sie hat mir eben gesagt hier sind noch zwei lange nägel im bein aber sie war in der zwischenzeit nicht untätig hat ein neues album produziert und so kommen wir jetzt in den genuss ihres neuesten werkes jennifer rasch bei uns mit wings of desire so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020